Wie du ganz einfach mit deiner PS5 auf deinem iPad zocken kannst, zeige ich dir in diesem Video. Was geht YouTube? Ich bin Slip & Jimmy und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Gaming. Wenn du dich also dafür interessierst, dann lass doch jetzt gerne ein Abo da und ansonsten let's go. Um deine PS5 mit dem iPad zu verbinden, benötigen wir auf jeden Fall die Remote Play App. Wir brauchen aber auch noch einige weitere Schritte und damit legen wir jetzt gleich los. Zuallererst solltest du deine PS5 einschalten. Wenn du das getan hast, gehen wir in die Systemeinstellungen, klicken hierbei auf Remote Play und aktivieren Remote Play. Danach bleiben wir auch gleich bei den Systemeinstellungen und klicken noch auf Energie sparen. Hier klicken wir im Ruhe-Modus verfügbare Optionen und aktivieren mit dem Internet verbunden bleiben und einschalten der PS5 aus dem Netzwerk aktivieren. Das ist dann wichtig, wenn ihr von überall zocken wollt, ansonsten müsst ihr eure PS5 immer manuell einschalten. Weiter geht's dann damit, dass ihr euren PS5-Controller mit dem iPad verbindet. Hierzu geht ihr in die Bluetooth-Einstellungen und klickt einfach auf den Share-Button und haltet gleichzeitig den Home-Button gedrückt. Dadurch wird sich euer PS5-Controller mit dem iPad verbinden. Wenn das getan ist, bleibt nur noch als letzter Schritt, die PlayStation Remote Play App runterzuladen. Geht hierzu in den App Store, gebt Remote Play ein und schon könnt ihr das Ganze downloaden. Nach dem erfolgreichen Download startet ihr das Ganze und kommt dann in folgende Übersicht. Hierbei kann es übrigens noch sein, dass ihr euch noch einloggen müsst. Macht das dann im Notfall einfach und schon kann es losgehen. Sobald ihr das gestartet habt, verbindet das Gerät sich mit der PS5 und dann seid ihr auch schon ingame wie hier. Nun könnt ihr auch schon direkt drauf loszocken und das Spiel in vollen Zügen von eurem iPad aus genießen. Durch das, dass wir den Controller mit dem iPad verbunden haben, könnt ihr auch problemlos mit dem Controller die Steuerung vornehmen. Das Ganze läuft super flüssig, vorausgesetzt ihr habt eine gute Internetverbindung. Und so könnt ihr auch von vielen verschiedenen Netzwerken auf die PS5 zugreifen und theoretisch zocken, wann, wie und wo ihr wollt. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn dem so war. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Brothers bei 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 we 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 Bis zum nächsten Mal.